Was ist Ihr eigenes Schema bzw. Farbschema? Das heißt, ich habe hier ein paar Farben und wenn ich dann ein Callout hier entsprechend zeichne, hat das diese Farben, die ich im Standard nach der Installation habe. Ich kann aber einfach in diese Liste hier gehen und kann auf neues Schema klicken und kann jetzt zum Beispiel ein neues Schema erstellen und kann diese Farben hier jetzt einfach erstmal löschen. Und die erste Farbe, die ich wählen möchte, ist dieses Grün hier. Eine weitere Farbe. Ich habe auf einem anderen Bildschirm eine PDF-Datei offen, in der weitere Farben drin sind. Das heißt, ich klicke hier drauf, wähle die Pipette, gehe hier weiter runter, noch eine Farbe, gehe hier drauf, Pipette, Blauton und noch eine letzte Farbe, gehe hier rauf und wähle den dritten zusätzlichen Farbton. Ich kann dann noch die Schriftart einstellen. Standardmäßig ist die auf Arial. Meine Schrift, die ich verwende, ist Ubuntu, ganz unten hier, Ubuntu Lite. Und dann klicke ich auf Erstellen. Und ab dem Moment, wenn ich jetzt hier ein Callout erstelle, also ich klicke einfach hier auf diese Sprechblase und wenn ich jetzt hier einen Text eingebe, ist der schon in meiner richtigen Schriftart erstellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017